Ich werde nie mehr in diese ganze Bewunderung zu dir schauen können. Nie mehr in Wohllust schreien, weil du der stärkste und größte bist. Ich werde immer jemanden in dir sehen, der gekniffen hat. Im letzten Moment. Der nicht die Eier hat und der Welt die Stirn zu bieten. Sehr gut. Ja, wirklich, ja. Und der Film ist eigentlich als Komödie gedacht, aber die Szene kann man sicher aussehen. Kamödie, kann ich noch besser. Und der Film ist eigentlich als Komödie.